Wenn du schon am Morgen früh erwachst, richte deine Blicke Himmel an. Und bevor du etwas anderes machst, beuge dich vor Gott und bete ihn an. Manches Unglück meldet sich nicht an, darum sind auch viele nicht bereit. Schauen wir im Glauben Himmel an, schützt uns Gott und schenkt uns sein Geleit. Wenn du schon am Morgen früh erwachst, richte deine Blicke Himmel an. Und bevor du etwas anderes machst, beuge dich vor Gott und bete ihn an. In der Welt hat alles seine Zeit, wir sind jung, doch bleibt nicht immer so. Wer bereit ist für die Ewigkeit, der ist glücklich und vom Herzen froh. Wenn du schon am Morgen früh erwachst, richte deine Blicke Himmel an. Und bevor du etwas anderes machst, beuge dich vor Gott und bete ihn an. Jener große Tag ist nichts mehr fern. Christus kommt in seiner Herrlichkeit. Und wir schauen unseren treuen Herrn in der schönen, ewigen Seligkeit. Wenn du schon am Morgen früh erwachst, richte deine Blicke Himmel an. Und bevor du etwas anderes machst, beuge dich vor Gott und bete ihn an. Amen. 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 Amen.